Hallöchen zusammen. Ja, ist mal wieder Vlogtime angesagt. Ja, ich habe Urlaub und das Wetter ist absoluter Sprott. Aber gut, kann man nichts dran ändern. Ja, heute geht es mal los Richtung Osten. Ich fahre jetzt gerade zum Treffpunkt, denn wir fahren nämlich zu zweit. Und ja, mal gucken, was im Osten so los ist. Ich hoffe, besseres Wetter. Hier ist ja schon wieder nur noch am Regnen. Naja, mal schauen, was wird. So, moin moin. Grüße. Ja, wir sind unterwegs, wollen eigentlich ein paar Fotos machen Richtung Osten. Und haben dann einfach mal gedacht, ach, nehmen wir mal eine schnellere Route, die kürzer aussieht. Ja, wie man sieht, erstmal eine schwere Fähre am Start. Hätten wir auch nicht mit gerechnet. Ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 so zweiter fotostopp der erste war ja der 942 am grubbern jetzt zweiter fotostopp tegethoff agrar am start 1050 mit neun meter horst und ja geht schon gut was ab hier so so Sollte Zähne Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020